Herzlich willkommen zum ersten Hintertuxer Modell-Heli-Treffen am Hintertuxer Gletscher. An die 20 Piloten dabei, international und nationale Spitzengrößen, die es sich nicht nehmen lassen haben, bei unserem Treffen dabei zu sein. Der Wettergott hat es mit uns sehr gut gemeint und wir haben mehr oder weniger ideale Verhältnisse. Vor allem, dass die Piloten einmal das Feeling haben, über 3.000 Meter zu fliegen. An alle noch einmal recht herzlichen Dank und freue mich schon, wenn es wieder heißt »Heli-Days in Hintertux«. »Heli-Days in Hintertux«. »Heli-Days in GEORGIA«. In LibanAh und in Argentinisch.